am wenigstens sieht squad 2 schon mal wieder einigermaßen okay aus nur in einem anderen squads fehlen noch truppen 2 2 2 kann hier was essen so wir haben den schreckensfürsten für den squad der kann jetzt also trainieren gehen so ihr kriegt waffen und rüstungen 4 2 werft über fleißig die ganzen helden da rein die ich gerade zermatscht habe so ihr braucht dass ihr braucht was zu essen ihr braucht auch was zu essen dann schicken wir es gott 1 los und 50er schatz zu holen sobald sie gegessen haben und ja bessere waffen für spot 1 wäre noch nicht schlecht so 2 kann hier was holen gehen 3 geht hier noch materialien holen die brauchen wir nämlich für haustierchen die ich jetzt freischalten werde so mit der letzten kostenlosen einheit und du kannst wieder pulverisiert werden ich brauche noch fünf pilze für genau danke für einen schreckensfürsten gut muss ich die beiden noch hoch trainieren und dann geht es weiter hier dem dungeon erst da hoch da den alarm platt machen und so weiter und die sind hier alle noch kräftig das mit dem brennenden film sieht immer so lächerlich aus welcher vogel als erst als letztes krepierte noch eine neue kostenlose einheiten berserker das heißt ich brauche euch hier alle mal nicht mehr so sondern erst einmal die abwägen und dann immer abwäschenden bei sounden also den angriffsritten tank maskottchen so trupp freigeschalten kann ich schon mal den recken und den priester beschwören und den schreckensfürstern ist leider doch eine weile so was essen wer dessen portlich war alle trupps hier rein so und spot 4 auch ja hier waren wir schon überall das heißt es geht jetzt hier rum ja hier waren wir auch schon bei hier ist nämlich die idee die typ hängen geblieben das letzte mal was für eine heck mit mission echt jetzt zweiter alarm ist weg und ich habe genug für den schreckensfürsten die ich eigentlich auch hier unten auspinnen kann was ich irgendwie nie wirklich benutze ja da kann ich hier unten keine imps beschwören das wäre noch schick gewesen so schreckensfürst und priester alle mal bitte da rein gut eine truhe zum öffnen und da sagt ball nicht nein da war der rode drin sonst hätte ich jetzt geld gekriegt so erst den alarm ausschalten dann den kinder so wo ist der letzte alarm da unten ich weiß gar nicht ob ich lust dazu habe den dungeon ganz zu erkunden hier werden die eingänge von den anderen beiden spielern hier und hier oben und hier ist eine barrikade ja die haben wir da drüben auch gehabt dann kriegt er jetzt noch ausrüstung und wird zum essen geschickt ja das könnte ich eigentlich auch einfach mit dem knopfdruck machen dann latschen sie halt hin ich weiß mir manchmal wirklich viel zum schnitzig so der letzte alarmknopf ist so 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 das ist alles umfundert oh du hast schon Level 3, du auch? achso das sind die beiden Berserker die vorher Level 2 waren die ich einfach als Reserve reingestopft hab dann kriegt ihr schon mal bessere Rüstungen in ihr 2 Ich habe eine Idee die kann einiges an den Herrn und Damen ich habe zusammen einiges von meiner eigenen die Minionen die originalen Missiven für die die ich geschrieben habe und dann lasse die Messengers wenn sie aufwachen ich habe eine Idee Deathslayer ich bin zu sehen ein bisschen hier die Valmorgans und die Lion-shares von Okendor sind immer wieder in den anderen direkten ich mache die schlechte Dinge und hoffentlich wir können die Nobles bis deine Throne ist geschlossen hier ist was du musst erst ich möchte 50 silver mit dem Okendor 4 4 embellished daggers mit der Lion-shares Family Crest dann muss man attack Valmorgan Recruitment Camp auf der Welt Slay everyone und ich werde die Minions machen es wie die Okendorian Spies das und wir sind hier in Valmorgan Hm 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 das heißt wir können erstmal alle wieder hier raus porten so beziehungsweise alle war zum essen porten äh so 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 und so ja so jetzt kriegen alle was zu essen ich habe schon mal den überfall freigeschalten sehe ich den schon da war ich erst noch die Dolche dafür das kann noch ein bisschen dauern so ich könnte bessere fallen freischalten so ich habe wirklich alles freigeschalten bis auf die beiden Dungeon Stufen und die Einheiten fünf Punkte die ich also nicht kriege naja hätte ich die Punkte hier und den Punkt ne halt hätte ich die Punkte hier und den Punkt da hier drüben reingesteckt könnte ich alles freischalten aber für was Überfall schicke einen Überfallstruck zum vor allem morgen Rekrutierungschlag um die Rekrutierung Rekruten abzuschlachten und alles zu verdichten ja welcher Trupp ist dafür gut geeignet Trupp 2 eigentlich Trupp 1 ist viel zu gut die müssen gar nicht verbessert werden doch was muss das sein jetzt sind das Level 3 Bogenschützinnen und Level 3 2 Krieger 3 2 3 3 3 3 3 5 6 6 3 4 3 4 4 4 4 6 5 5 6 5 6 5 6 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 16 16 16 15 16 16 16 Oh, never mind, just be glad. Spill it! Okay, okay, but ähm, don't chew on the messenger. They called you... Oscars little helper. Das habe ich noch nicht gesehen, Spezialist. Du erhältst einen zusätzlichen DC-Punkt für alle fünf Erlangten DC-Punkte, die durch DC-Errungenschaften verdient wurden. Das heißt, ich kriege statt 25,30... Das klingt eigentlich gleich mal so uncool. Muss ich gleich mal kurz gucken, was für die Rude das ist. Jetzt will ich mal kurz gucken. Ja, tatsächlich 100%, obwohl wir die Quest vergeigt haben. Oder hat einfach nur das erste Mal gezählt? Egal. Jetzt will ich mal kurz gucken im Profil. Ohne... Äh... Wenn du eine Billigrude wärst, das wäre cool. Nein. Wenn du eine... Bist du so eine Rune? Ja, Spezialist. Ich glaube, das schalte ich mal frei. Und das rüste ich mal aus. Ich probiere das einfach mal aus. Weil wir kriegen ziemlich viele DC-Points eigentlich. Wenn es fünf Reiter A10... Es sind auf jeden Fall fünf verschiedene Kategorien. Ich glaube, es sind jeweils zehn Punkte, die wir kriegen können. Also 50. Also können wir noch mal zehn weitere Punkte machen. Ja, das klingt gar nicht mal so schlecht dafür, dass wir drei Punkte dafür ausgeben müssen. Also ja, Spezialist schalte ich auf jeden Fall frei. Profil speichern. So. Jetzt geht es aber erst einmal wieder ein Cut. Ich bin froh, dass ich die Mission nicht nochmal machen muss. Dass das einfach als erfüllt galt. Auch wenn ich es total versemmelt habe. Naja, es kann nicht immer alles glatt laufen. Ich bin froh, dass ich mich nicht bewusst ausrede. Okay. Also. Die Mission ging dafür relativ schnell. Weil ich so auf schnell schnell gespielt habe. Aber gut. Also dann bis zur nächsten Folge. Bis dann.